Frau Präsidentin, erstmal herzlichen Glückwunsch auch von mir, sehr geehrte Damen und Herren. In den Plenardebatten dieses Jahres, in denen es ja immer wieder um Inflation und Energiekrise ging, war bereits mehrfach das zu beobachten, was in dieser aktuellen Stunde, sowohl im Antrag als auch jetzt in der Rede von Herrn Raschke und in der Reaktion seiner Fraktion so deutlich zutage tritt. Die Last der Lage ist bei dieser Fraktion Bündnis 90 die Grünen nicht zu spüren. Sie freuen sich, Sie feixen oft und Sie sehen in der Krise die Chance, Ihr Programm der sozial-ökologischen Transformation, von der die Verkehrswende ja nur ein Teil ist, mit unverhoffter Geschwindigkeit und Radikalität zu verwirklichen. Herr Raschke sagte es eben. Wir müssen uns allen klar machen, worum es bei dieser Transformation geht. Es geht bei dieser Transformation um nichts weniger als die Art des Wirtschaftens und des Lebens, wie wir es uns angewöhnt haben, in den nächsten 30 Jahren zu verlassen. So hat es die Bundeskanzlerin Angela Merkel, die zwar nicht dem Parteibuch nach, aber dem Geist nach eine Grüne ist, wie übrigens auch die Brandenburger CDU, so hat es also Angela Merkel am 23. Januar 2020 in Davos gesagt. Ihnen, sehr geehrte Damen und Herren von der Fraktion Bündnis 90 die Grünen, geht es nicht um die Menschen, Ihnen geht es um Weltverbesserung. Und Ihre Hauptmethode dabei ist Panikmache. Sie schüren berufsmäßig Ängste vor den Rechten, vor Corona, vor dem Weltuntergang. Und das ist der Grund, Frau Kniestet, warum die Leute Ihre Angstmache nicht mehr hören wollen, wie Sie gestern in der Plenardebatte zum Landespflegegesetz einräumen mussten. Beim Angstmachen sind Sie, wie auch Ihr Antragstext zu dieser Aktuellen Stunde zeigt, absolut skrupellos. In den nur 84 Wörtern Ihres Antrages im ersten Absatz wird viermal die Apokalypse beschworen, wegen der Erderhitzung, gleich zweimal wegen der Klimakatastrophe und wegen der außergewöhnlichen Wetterlagen. Ich nenne das skrupellos, weil nichts davon stimmt. Nichts davon stimmt. Erderhitzung ist eine groteske Übertreibung für die Erwärmung seit 150 Jahren, die ja vor allem deshalb auffällt, weil der Referenzpunkt auf das Ende der kleinen Eiszeit gelegt wurde. Für eine Zunahme von Extremwettern gibt es laut IPCC und laut deutschem Wetterdienst keine Belege. Und wenn Sie schreiben, und Herr Rasch gesagt, im Brandenburg-Monitor würde die Sorge der Brandenburger vor, Zitat, vor der bevorstehenden Klimakatastrophe sehr deutlich gezeigt werden, Zitat Ende, ist das eine unfassbar dreiste Falschbehauptung. Da ist es, der Brandenburg-Monitor, Seite 6, die Sorgen im Detail. Ich trage vor, Zukunft ihrer Kinder 61 Prozent, finanzielle Absicherung im Alter 53 Prozent, finanzielle Situation 51 Prozent, Kriminalität und Gewalt im Wohnumfeld 29 Prozent, Wohnsituation 21 Prozent, Arbeitsplatzsituation 14 Prozent. Das sind die sehr begründeten Sorgen des gewöhnlichen Volkes, aber die interessieren Sie herzlich wenig. Im Gegenteil, man könnte ja bei den Sorgen vor zunehmender Kriminalität auf ketzerische Gedanken in puncto Migration kommen. Sie, sehr geehrte Damen und Herren, Sie treibt nicht die Not der Menschen, sondern Sie treibt eine elitäre Überheblichkeit. Sie meinen es besser zu wissen, besser als das gewöhnliche Volk heute, besser als unsere Vorfahren gestern und besser als der liebe Gott, wie die abstoßende Debatte zu den Pubertätsblockern gestern gezeigt hat. Der gemeine Brandenburger, sehr geehrte Damen und Herren, sorgt sich um seine Zukunft, seine Finanzen, seinen Arbeitsplatz, um die Gewalt im Land. Die Grünen sorgen sich allerdings fruchtlos um den Radverkehr und ein smartes ÖPNV-Angebot. Die IHK Ostbrandenburg schlägt wegen der pessimistischsten Geschäftserwartungen seit Beginn der Konjunkturumfrage Alarm. Für die Grünen stehen im November 2022 alle Zeichen auf Verkehrswende. Viele Menschen wissen nicht, wie sie über den Winter kommen werden. Die Grünen verschreiben Tempo 100 auf der Straße, Tempo 200 bei der Migration und viele, viele neue Windräder. Sie leben im grünen Elfenbeinturm, sehr geehrte Damen und Herren, besser gesagt im grünen Wachturm, denn sie haben ja nicht umsonst den Ruf, die Verbotspartei schlechthin zu sein. Und weil sich auch alle anderen Fraktionen in diesem Haus diesem größenwahnsinnigen Dogma der Transformation beugen, liegt es einmal mehr an der AfD, den Menschen eine Stimme zu geben, die unsere Natur und unsere Tradition nicht bekämpfen, sondern achten und die die Welt nicht verbessern, sondern einfach in Frieden leben wollen. Und in diesem Sinne werden meine Kollegen Daniel Münchke und Lars Günther unsere Anträge zur Verkehrs- und Umweltpolitik vorstellen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.